Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute gibt es ein neues Video. Ich bin der Scarf und heute zeige ich euch, wie ihr für euer Messer so einen wunderschönen Lanyard herstellt. Bis gleich! Willkommen zurück! Und für diesen Lanyard brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Und zwar als erstes brauchen wir Paracord-Schnüre und zwar würde ich zwei Paracord-Schnüre nehmen. Also wir brauchen zwei Paracord-Schnüre und zwar ungefähr 80 Zentimeter. Ihr könnt euch hier ungefähr merken, für 10 Zentimeter von diesem Knoten brauchen wir ungefähr 60 bis 70 Zentimeter. Nehmt aber am Anfang mal 80, denn 80 Zentimeter, dann reicht es euch ganz gewiss. Und der Endknoten ist ein bisschen fricklig. Da ist es schön, wenn man auch nochmal ein bisschen was vom Paracord übrig hat, damit man den Endknoten gut hinbekommt. Als zweites braucht man ein Messer oder eine Schere. Ich habe hier das MSP Backpacker. Damit lassen sich die Paracord wunderbar abschneiden und man braucht ein Feuerzeug. Als allererstes nehmen wir hier innen ist die Seele drin und die Seele, die nehmen wir raus. Einfach abschneiden das Paracord und dann die Seele einfach rausziehen. Das machen wir bei beiden. Einfach die Seele rausziehen beim Paracord und dann merkt man hier, es wird schon sehr, sehr viel weicher und elastischer. Und dann kommen wir auch schon zum Anfangsknoten. Bevor wir anfangen mit dem Anfangsknoten, wollte ich euch nur noch kurz zeigen. Also hier haben wir einmal, wenn ihr die Paracord Schnüre abgeschnitten habt, dann sehen die so ausgefranst aus und hier nicht. Und das kommt daher, weil man die am Anfang eigentlich etwas verkokeln sollte. Wenn man das nicht tut, dann fransen die total aus und dann tut man sich relativ schwer dabei. Als allererstes für den Anfangsknoten müssen wir das Paracord halbieren. Und zwar müssen wir ziemlich genau in die Mitte gehen. Da haben wir einmal hier ungefähr die Mitte und das gleiche machen wir mit der anderen Paracord Schnur. Ich habe jetzt hier zwei Farben genommen. Ihr könnt natürlich auch eine Farbe nehmen, aber hier jetzt gerade, wenn ich es zeigen will, mit zwei Farben erkennt man es besser, wie es funktioniert. Dann nehmen wir die Paracord Schnur hier zwischen Zeigefinger und Daumen und ein Teil schlagen wir zu uns und ein Teil von uns weg. Dann nehmen wir die andere Paracord Schnur in der Mitte und legen sie hier zwischen die Finger rein. also so und unten hier zwischen Zeigefinger und Daumen jetzt für die ersten zwei Knoten nicht loslassen. Und dann schlagen wir eine Seite nach drüben und die andere Seite nach hier. Am Anfang ist es ein bisschen fricklich, muss ich zugeben, aber wenn der Knoten, wenn die ersten zwei mal sitzen, dann wird es relativ einfach. Und hier gehen wir jetzt mit der Paracord Schnur, die von uns weg liegt, gehen wir über den ersten drüber und unter den zweiten durch. Also hier drüber und hier unten durch. Und dann vorsichtig festziehen. Und jetzt sieht man schon, man kriegt hier quasi so eine Kreuzung. Ganz vorsichtig festziehen. Am Anfang kann es sein, dass einem das sonst wieder auseinander fällt. So ist es ganz hübsch. Und das, was wir jetzt gemacht haben, das machen wir eigentlich die ganze Zeit. Und zwar wieder einmal drüber legen, nach links, nach rechts und dann kommt hier der vordere wieder oben drüber und unten durch. Und dann wieder vorsichtig festziehen. So ungefähr. Und jetzt muss man aufpassen. Und zwar hat man jetzt der zweite Knoten. Also hier haben wir wieder die Kreuzung. Und jetzt haben wir unten drunter, haben wir hier diese Schlaufe. Und diese Schlaufe muss man jetzt nach dem zweiten, dritten Knoten, sollte man die nachziehen. Weil sonst habe ich hier unten ein lockeres Paracord liegen und das wäre ziemlich doof. Also hier an der Seite ein bisschen nachziehen. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo es lang geht. Einmal hier. Und einmal oben festziehen. So. Zweiter Knoten. Jetzt kann man loslassen. Unten. Wieder ein bisschen festziehen, weil ich habe es jetzt gerade gelockert. Und wie man sieht, ist jetzt hier unten die Schlaufe weg. Das wäre ein großes Problem gewesen. Hier hinten lasst ihr ungefähr, naja, also so im gefalteten Zustand sollte das so drei, vier Zentimeter. Reicht eigentlich. Hier ist wieder die Kreuzung. Und jetzt schnappe ich das wieder hier unten. Zwischen Zeigefinger und Daumen. Und jetzt sieht man, hier habe ich wieder die Kreuzung und unten ist die Schlaufe weg. Und dann geht das eigentlich die ganze Zeit so. Einmal nach links, einmal nach rechts. Das ist übrigens, ich habe jetzt gerade, vorher habe ich die grüne Schnur immer von links nach rechts gelegt. Und jetzt lege ich das Tarnmuster von links nach rechts. Das ist völlig egal. Ihr könnt anfangen, wo ihr wollt. Oder weitermachen, wo ihr wollt. Bei dem Knoten ist es völlig egal. Und jetzt zeige ich es nochmal. In groß. Einmal hier. Da oben drüber. Und unten durch. Und das gleiche mit der anderen Schnur. Hier die Schlaufe ein bisschen rausziehen. Oben drüber. Unten durch. Und dann wieder vorsichtig festziehen. Und dann kriege ich hier wieder diese Kreuzung. Einmal zeige ich es euch noch. Also. Rechte Paracord nach links. Das linke Paracord nach rechts. Dann oben drüber. Unten durch. Das gleiche auf der anderen Seite. Noch oben drüber. Unten durch. Und wieder festziehen. Das ist am Anfang ein bisschen fricklich. Aber. Ich glaube mit ein bisschen Übung. Bekommt man das hin. Den Knoten muss man ein paar mal gemacht haben. Aber dann wird er auch ziemlich hübsch. Und hier an der Seite sehen wir jetzt schon. Hier entsteht jetzt schon langsam das Muster. Und so geht es jetzt quasi die ganze Zeit fort. Und weiter. Und dann sehen wir uns gleich zum Endknoten. Jetzt sind wir dann soweit. Also wir sehen hier. Das ist jetzt quasi fertig. Hier ist das schöne Muster. Sieht sehr gut aus. Und wenn ihr noch irgendwo Pärchen habt. Oder irgendwie sowas. Um das noch ein bisschen zu verzieren. Wäre es auch nicht schlecht. Dann wird es noch ein bisschen hübscher. Und vor allem hier hinten. Hält es dann besser zusammen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Endknoten. Und den zeige ich euch jetzt. Der Endknoten funktioniert genauso eigentlich. Also fängt genauso an. Wie ein ganz normaler Knoten. Den wir vorher gemacht haben. Also hier oben drüber. Unten durch. Und hier auch. Oben drüber. Und unten durch. Der einzigste Unterschied jetzt ist. Nicht festziehen. Also wir lassen hier oben die Kreuzung. Lassen wir jetzt so liegen. Und nicht festziehen. Weil wir müssen jetzt hier in der Mitte. In dem Loch. Müssen wir raus. Und wir fangen jetzt hier an. Und jetzt gehen wir. Unten durch. Und in der Mitte raus. Und in der Mitte raus. Nochmal. Unten durch. In der Mitte raus. Ein bisschen nachziehen. Ein bisschen nachziehen. Und für den letzten können wir jetzt nicht unten durchgehen. Und hier gehen wir jetzt einfach. Unten durch. Und oben raus. Da haben wir keinen mehr. Der letzte wird einfach durchgesteckt. Und dann vorsichtig. Alle vier schnappen. Vorsichtig zuziehen. Und man sieht schon wie der Knoten sich jetzt hier langsam festzieht. Und den muss man jetzt nach unten. Das ist nochmal ein kleines bisschen. Eine Fummelarbeit. Hier muss man wirklich schauen. Dass man wirklich alle. Außenrum nachzieht. Noch ein bisschen fester. Und da muss man wirklich. Da muss man jetzt nochmal ein bisschen spielen. Und den Knoten. Dass man den Knoten wirklich fest bekommt. Und dann ziehen wir hier nochmal. Da zieht sich jetzt hier der fest. Genau. Und dann machen wir hier. Ziehen wir nochmal nach. Und jetzt hier. Ah wird schon langsam. Hier ist noch ein bisschen locker. Und mal nachziehen. Das müsste dann wieder einer. Das ist auch das schöne. Wenn man zwei verschiedene Farben hat. Also hier ist jetzt locker. Und jetzt muss ich bloß an einem von der anderen Farbe ziehen. Gleich den richtigen. Der wischt. Sehr gut. Und irgendwann. Und dann richtig. Wenn man relativ weit unten sitzt. Relativ fest ziehen. So dass er auch gut aussieht. Jetzt sitzt der Knoten unten schon relativ gut. Noch ein bisschen spielen. Noch ein bisschen fest machen. Und so sieht der Knoten jetzt unten aus. Das habe ich jetzt auch schon mal schöner gemacht. Aber so funktioniert er. Da könnte man jetzt noch ein bisschen rumspielen. Mach ich auch gleich noch. Hier zum Beispiel. Noch mal nachziehen. Genau. Und dann muss das einer von denen hier sein. Der hier ist es. Jawohl. Und so sitzt der Knoten jetzt eigentlich schon relativ gut. Und jetzt habe ich hier hinten noch die Schnüre dran. Ich kann jetzt folgendes machen. Ich kann jetzt hier her gehen und kann den. Kann die abschneiden ganz kurz. Und kann sie verkokeln. Also hier verschweißen das Paracord. Oder. Was ich immer auch sehr hübsch finde. Also ich mache das immer. Oben habe ich jetzt den hier raushängen. Also den mit Tarnfarben. Und unten habe ich jetzt. Nehme ich jetzt die grünen. Also die Tarnfarben werde ich verkokeln. Und an dem Rest. An den grünen werde ich dann als Perlen dran machen. Also hier. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wunderbar. Und das kann man jetzt zum Beispiel an einem Messer ran machen. Oder man kann es an einen Reißverschluss dran machen. An den Rucksack. Oder sonst irgendwas dergleichen. Wo man halt was braucht. Wo man dann halt was dran hängen kann. Wo man es richtig schön packen kann. Ich mache es hier an unser Ad Mahoney. An das Camping Cowboy Ad Mahoney ran. Dann einmal durchgesteckt. Und schon habe ich ihn dran. Wunderbar. Sehr schön. Sieht auch sehr gut aus. Also ich habe jetzt hier oben. Habe ich jetzt noch so einen Ring drauf gemacht. Und unten habe ich es auch noch fertig gemacht. So dass beide abgeschnitten sind. Und hier hinten noch so ein kleines Pärchen dran haben. Was man natürlich auch machen kann. Man kann die Seele zum Beispiel drin lassen. Dann wird die Sache ein bisschen grüber. Ich habe den hier immer an meinem Ersatzschlüssel dran. Für meine Nachbarin. Wenn sie die Katzen füttern muss. Wenn ich nicht da bin. Wenn ich mit dem Bus unterwegs bin. Oder ich habe es auch ganz lang. Also das ist wirklich cool. Hier hinten mit einem Karabiner. Der Karabiner kommt dann immer an die Hose. Und hier vorne kommt das Messer dran. Und dann hängt es quasi so. Und das Messer bleibt direkt da in der Tasche an der Seite hängen. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Da gibt es zum Schluss nochmal ein kleines Video. Ja. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei den Camping Cowboys. Lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal. Damit würdet ihr uns sehr sehr helfen. Und aktiviert die Glocke. Um das nächste Video nicht zu verpassen. In dem Sinne. Ich bin der Skarf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.